Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fallout 4. Ich werde mir wirklich hier so einen kleinen Stand einrichten. Die Leute da drin, die tummeln sich immer um mich und sind so laut. Aber wir haben zuallererst für die heutige Folge ein ganz kleines... Uh, das ist ja doch nicht das, was ich dachte. Ja, ein ganz kleines Aufbaugeschäft haben wir vor. Denn, na, hier müssen wir auch noch in Grey Garden. USS Riptide. Ah, das war das unter der Brücke. Nee, wir müssen ganz kurz zu Sunshine Tidings. Wenn ich es dann finden würde, sind irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sehr viele Siedlungen geworden. Sunshine Tidings, das war doch eigentlich gleich ums Eck. Ja, genau hier. Ach, das habe ich euch echt noch nicht gezeigt, die Siedlungen. Wir waren bis jetzt seit, ähm, Autokino, dann Sanctuary, Ten Pines Bluff waren wir. Und Sunshine Tidings wurde ja letztes Mal überfallen. Und ich weiß nicht warum... Ich vermisse die alte Welt. Aber es hieß, dass es hier irgendwie Probleme gibt und, ähm, ja, zu wenig Essen. Aber neun Essen, es gibt hier genügend Essen. Ihr Penner müsst hier nur... Ne? Achso, das ist ja der Deacon. Okay. Ja. Essen herstellen. Essen anbauen. Okay. Dann müssen wir doch noch ein paar Tattoos ansehen, dann haben die hier doch was verloren. Äh, ist aber kein Problem. Das machen wir... Wir haben ja extra was mitgenommen. Hier schön Tatto pflanzen. Dann bauen wir hier einfach ein paar an. Und dann haben wir das gleich wieder. Jetzt sind die Siedler wieder glücklich. Ich bin glücklich, dass mich die Siedler in Ruhe lassen. So, alles voll mit Tattoos. Ich weiß nicht, haben sie die weggesprengt? Haben sie die... Keine Ahnung, alle aufgegessen? Ich weiß es nicht. So, 16 Essen. Genug Essen für alle. Ich hätte Lust auf Blemko Mac & Cheese. Oder Meierlurk Steaks mit Salsa-Sauce. Ja, genau. So, du nimmst mal hier ein paar. Zack. Und schon ist wieder alles in Butter. Alle sind wieder froh. Ich denke mir auch immer, warum die Idioten eigentlich immer diese Türen offen lassen. Für was baue ich die Tore eigentlich ein? Ich glaube, ich sollte dir die echt einbauen. Danke, Deacon. Okay. Wir haben aber interessantere Sachen zu machen. Äh, Finch Farm. Ne, das machen wir jetzt mal nicht. Wir machen... Metzgerechnung? Ne. County Crossing. Ne. Roboter? Ne. Molekular. Was im Arsch? Was im Arsch machen wir? Nach Grey Garden. Ist eben schon hier unten. Da waren wir, glaube ich, eigentlich schon mal. Ne, waren wir noch nicht. Abfallentsorgung. Der Brüder. Da gehen wir schnell hin. Grey Garden. Ja, es hieß, es ist eine Siedlung oder so, die nur von Robotern betrieben wird. Ist schon mal allein interessant genug. So, genau. Wir gehen aber hier nicht hin. Und es ist schon wieder neblig. In letzter Zeit hat es hier so verdammt viel Nebel. Okay, hier sind wir schon, oder wie? Und das haben wir damals... Da war ich da oben. Aber da bin ich hier weiter hinten runtergelaufen. Einen wunderschönen guten Tag. Machen wir doch gleich mal ein schickes Foto leihen. Na, hallo. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydro-Kultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Ähm. Das finde ich cool. Ja, dieser Ort wirkt vertraut. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag darüber gesehen, vor dem Krieg. Ja, der Bau wurde nur wenige Tage vor dem Krieg beendet. Wir konnten nur überleben und unseren Betrieb fortsetzen, weil unser Erschaffer uns vollkommen autark gemacht hat. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe, kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbaus. Dr. Edward Grey. Ach, deswegen auch Grey Garden. Ja, okay. Ja, was ist mit ihm passiert? Er wird schon seit über 200 Jahren tot sein. Was ist das Dr. Grey geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Roboter-Technik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbaus. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Echte Persönlichkeit oder nur clevere Programmierung? Diese Frage stellt sich mir nicht zum ersten Mal. Ja, schon einzigartig, oder? Hm, wieso hat Dr. Grey euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Grey hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ja, das ist eher, ja, furchtbar. Oder? Ja, genau. Braucht ihr Hilfe? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Ja, gerne, ja. Ich bin ja voll der Roboterfreund hier. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen. Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ja, gerne. Und, Mr. Handy. Aufseher White kennen wir ja schon. Oh. Bring mir ein paar Mutterbären für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Ja, genau. Ich hack dich und lass dich selbst hochjagen. Das war Mr. Brown. Und Mr. Green. Ist er draußen, oder? Nee, da ist nur Mr. Handy. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Aufseher Green. Bereits, deinen großartigen Einkaufstab zu starten? Haha, genau. Ist er Spielshow-Moderator? Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Okay. Zeig mal, was ich gewonnen habe. Hier entlang, bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Ein Busch. So, darf ich die Mutterbär nehmen? Ja. Soll ich doch hier beim Mr. Brown abliefern? So, äh, Mr. Green. Ja, sehr gut. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinner zu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Haha. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Äh, Handeln. Hast du gerufen? Äh, du nicht, du nicht. Green? In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? Natürlich. Klingt gut. So, was hat er denn? Äh. Laborkittel, Dünner, Dünner. Ja, aber das, äh, am Arsch. Äh, okay, wir gehen noch mal ganz kurz rein, reden mit dem Mr. Brown. Der wollte ein paar Mutterbären haben. Kronkorken gegen Mutterbären. So läuft das hier. Brown? Bereit die Mutterbären abzugeben? Ja. Ja. Ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. Ja, läuft doch. Theoretisch könnte ich da die ganzen Mutterbären von zu Hause... Äh, wird erledigt. Ja, wie gesagt, eigentlich könnte ich da die ganzen Mutterbären von zu Hause verhökern. Anscheinend hat er in dem Bereich dann... ...unendlich Kronkorken. So, okay, wo müssen wir eigentlich hin? Ah, ja. Ah, die kommt mir bekannt vor, ja. Ja, durchaus. Ähm. Das sind so große, weiße Tanks. Passt das hier eigentlich, wenn ich da drüber laufe? Die müsste... Ne, ich glaube, ich bin jetzt schon falsch. Ja. Ich muss hier den Weg lang und darf nicht über die Eisenbahnbrücke. Eisenbahnbrücke. So. Bin ich hier nicht erst... Hier bin ich doch schon mal langgelaufen und das war mit... Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. War das nicht auf der Suche nach Kellogg? Nee. Oh, 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 oh. Da, da muss ich mal kurz, äh, leider reinhalten. Jetzt geht der Spaß los. Denn... So nah. Das Fleisch davon, das ist hervorragend für... Ah, die gute alte Tradition des Plünders. Für so ein geiles Zeug. Also hier das. Reddish, äh, Filet oder keine Ahnung, wie es heißt. Dass mich mehr Zeug tragen lässt, kurzzeitig. Das ist immer ganz cool, wenn man meint, hm... Ach, nö, schon wieder Mutanten. Ja, wenn man mal wieder vollgepackt ist mit allerlei tollen Sachen. Dann kann man sich kurzzeitig eben... Hier mal schnell einen Boost verpassen. So, was haben wir denn hier alles? Eine ist da. Hier haben wir einen Köter. Hier haben wir nochmal einen. Nochmal einen Super Mutanten. Ich glaube, das sind sogar normale hier. So, da räumt die Brotherhood noch ein bisschen auf. Alter, was ist mit euch los? Macht ihr den platt hier? Ihr habt... Screw you. Das gibt's doch echt nicht. Was haben wir hier rüben jetzt? Achso, jetzt kommen die von der Brotherhood per Fuß hier noch rein. Raketenwerfer, ja. War doch gar nicht so schwierig. Haben wir hier irgendwas? Wow! Und jetzt können wir gleich ja wieder schauen, ob wir irgendwas bergen können. Aber erst mal da hinten ist noch eine Töle, glaube ich. Na komm her, Tölelein. Ja, Wolloh! Oh! Kollege. Ja, man hat irgendwie gemerkt, oder ich bilde mir ein, dass das... vielleicht für einen früheren Zeitpunkt bestimmt war. Denn, ja, es waren relativ leicht, die Gegner. So, aber hier kommt das Wasser eigentlich her. Ist natürlich klar, dass das hier nicht gerade sauber ist, wenn sie hier hässlich stinkende Mutanten rumtreiben. So, hier haben wir schon wieder Gedudel. Dudel, dudel, dudel. Eine Angel. Ja klar, die werden hier angeln, die Mutanten. So, läuft. Ich gucke aber noch mal ganz schnell darüber. Wir werden zwar, glaube ich... Uiuiuiuiui. Wir werden zwar, glaube ich, heute hier nichts finden in den Trümmern. Oh, okay. Lenzer Anwärter. Holomarke, nehmen wir mit. Pilotenhelm. Ach, das ist so ein hässlicher Pilotenhelm. Okay, aber keinen... Kein Ritter war drin. Oder kein Paladin. Okay, das wäre jetzt auch echt zu übel, wenn hier wirklich in jedem verdammten Vertibat, der abstürzt... Ja, auch ein Paladin mit drin sitzt. Ich glaube, das war das letzte Mal echt nur Zufall. Gut, dann gehen wir doch mal rein, hätte ich gesagt. Hier haben wir sowieso alles erledigt jetzt eigentlich. Jo. Schauen wir mal, ob wir das noch hinbekommen. Aber ich denke schon, dürfte jetzt nicht so riesig sein, die Anlage. Ein bisschen Mutantensalt und... Standard. Sollen wir hier ein bisschen draufhauen. Okay, versteckt. Keine Anzeichen von... Ach, Mist. Uh, Drogen. Ja, Drogen sind schlecht. Hatten sie recht, die wegzuwerfen. Chips auch. Will vielleicht jemand meditieren? Warum meditieren? Weil ich das ganze Zeug hier mitnehme. Haha, hier die ganzen Drogen. Ja, da kannst du meditieren. So, wir müssen 48 tiefer. Okay, da geht's sauber im Keller runter. Noah. Äh, die Gauss-Rifle und die... Nimm dies, Schloss. Haha, genau. Die Gauss-Rifle... ...und die Plasma-Rifle, die reißen es gerade richtig raus. Ja, wir können ja ganz kurz mal hochgucken. Ja, Wasseraufbereitungsanlage, Dach. Da... Ja, wir gucken mal ganz kurz rauf. Äh, bloß falls da irgendwas liegt. Eine Kiste oder irgendwas. Oder irgendein buggender Gegenstand. Okay. Okay, da gibt's nix. Gucken wir hier mal kurz rein. Tischfendi, türlich. Ah! Gelände-Terminal, sehr schön. Oh, sein. Jawohl. Safe-Steuerung. Memo Weston Medienveranstaltung. Ah, Dienstag werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative. Weston Wallnest durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Kohlerausbruch, müssen an den nächsten Weston-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Weston-Wasser gemäß unseres Wahlspruchs. So schmeckt Perfektion an die Journalisten verteilt. Rechnen sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verlorengegangenen Produktion wieder wettzumachen. Also, ähm, Safe machen wir natürlich auch auf. Klack, klack. Ja, oh, schön. Ja, das lass ich mal eingehen. Okay, gut. Hätten wir das auch wieder. Zack, zack, ab im Keller. Jetzt wird gerade nur so durchgerusht irgendwie, finde ich. Also, die letzten Folgen ist wirklich hart. Quest für, Quest für, Quest für, Quest für, Quest für, Quest. Ah, hier waren wir schon. Tür schließen. Ähm, Aufzug war hier. Äh, Entschuldigung. Und irgendwie hat das früher auch besser funktioniert mit dem... ...mit dem Leute hinterher teleportieren. Wow. Das war jetzt ein bisschen unerhofft. Haha. Okay, aber wie gesagt, das ist ja gerade alles ein bisschen so. So lala. Oh, cool. Hier kann man gleich durch die Wand durch. Laboratorium. Also, normale Spieler können sich da natürlich einen Haufen Geld machen, wenn sie hier Jet und das ganze Zeug zusammenwäschen und verkaufen, immer schön. Geschafft. Und dann gibt es die anderen Vollkofferspieler wie mich, die immer vergessen, alles zu verkaufen. Und... ...nur den ganzen Schrott immer sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Okay, da kommen wir gerade nicht rein. Hier auch nichts. Knopf, hier, Knopf. Ah, das sieht doch ganz nice aus. Die Dinger treffen nicht mal. Ja, komm. Turmsteuerung. Achso, haha. Deaktivieren, ja. Verbundene Einheiten. Zehn. Okay, das war jetzt schon mächtig. Hier war doch gerade noch ein Save. Genau. Mittelstellung. Echt jetzt? Okay. Äh, Blei. Ne, das nehmen wir aber mit. Schrotze Patronski. Zahnräder. Okay, Blei nehmen wir auch mit. Vorkriegsgeld. Ist schon okay. So. Was muss ich hier unten eigentlich machen? Beziehungsweise, wo müssen wir denn? 43 immer noch tiefer. So, normalerweise bekomme ich hier wieder mal einen schönen Fusionskern. Heute nicht. Okay. Der Knopf funktioniert nicht. Geht der irgendwie in die Stromleitung hin? Nö. Okay, dann sieht es hier etwas schlechter aus. Klebewand. Jetzt haben wir hier ein Zahnrad. Oh, Zahnrad nehmen wir natürlich mit. Microscope. Mach jetzt auf. No. Und jetzt? Nee, Schmarrn. So, dann müssen wir halt zu Fuß runter. Ja. Oh, lasst das Wasser aus der gefluten Westen Aufbereitungsanlage ab. Das sieht irgendwie gar nicht mal so cool aus. Und das sieht jetzt auch eher nach einem riesen Meierlörg, ähm, Brutplatz aus. Hallo. Oh. Oh. Warum muss ich eigentlich immer recht haben? Na, kein Bedarf. Theater geht er vor mir auf die Knie. So, wo sind wir denn hier schon wieder? Ich finde doch überall irgendeinen Weg, wo ich woanders lang gehen kann. Ha, 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 den Weg kennen wir. Okay, cool, 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 ähm, Meierlörgs, 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 okay. Ja, hier machen wir dann das nächste Mal weiter, hätte ich gesagt. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau, macht's gut.